Das ganze Leben mit Internet, mit Digitalisierung, mit Handys, mit all dem, ist für uns so normal geworden, dass man gar nicht mehr so richtig versteht, wie es eigentlich vorher war. Und möglicherweise ist es gefährlich, weil wir so ein paar Entwicklungen gar nicht richtig im Griff haben. Ich merke das immer so bei meinen Studierenden, die stellen eine Frage, in der Regel erster Zugang ist Google und was dann nicht auf der ersten Seite auftaucht, ist für die auch nicht relevant so richtig. Und die stellen sich gar nicht die Frage, die stellen sich die Frage, ah, ich habe eine gute Frage gestellt, Google antwortet mir was, die stellen sich nicht die Frage, was zeigt mir Google eigentlich nicht? Und das ist ja eigentlich die viel spannendere Frage. Also warum steht das da, was da steht und warum steht das in der Reihenfolge da? Und wenn man mal semantische Suche hat, das heißt, man stellt eine Volltextfrage und man kriegt eine Volltextantwort da drauf, denn da fragt man es möglicherweise gar nicht mehr. Und das ist ja eine Riesengefahr, die wir da haben. Also all das, was Wissensgesellschaft ausmacht, ist ja nicht alles zu wissen, sondern ein kritisch-konstruktives Bewusstsein zu haben, Dinge zu hinterfragen, Dinge wissen zu wollen, also nicht eine Suchmaschine zu haben, die einem sagt, was wohl das Wissen ist. Und da merkt man schon, Aufgabe der Universitäten wird eine andere. Also nicht die Frage der Wissensvermittlung ist die Aufgabe der Universität, sondern der Erzeugung eines kritisch-konstruktiven Bewusstseins. Wie gehen wir eigentlich mit Wissen um? Was muss man eigentlich verstehen, um Wissen einordnen zu können? Und das ist die große Herausforderung der digitalen Zukunft. Wir wollen nicht, dass es irgendwann mal irgendwelche globalen MOOC-Universitäten gibt nach amerikanischem Vorbild. Und wenn wir unsere eigenen Kurse machen wollen, müssen wir Lizenzgebühren in irgendeinen Riesen bezahlen. Sondern wir wollen da selbstständig und selbstbewusst auftreten können und unser eigenes Profil machen. Und wir haben in Deutschland ja viele, viele Chancen, die besser sind als in anderen Ländern. Wir haben zunächst mal staatlich finanzierte Hochschulen. Wir wissen gar nicht, wie toll das ist, dass wir sowas haben. Wir sind nicht primär darauf angewiesen, dass die Wirtschaft uns finanziert. Freiheit von Lehre und Forschung ist nur deswegen möglich, weil wir so aufgestellt sind. Das ist was Besonderes. Und wir haben eine Tradition in Deutschland, die eben dieses aktive, kompetenzfördernde Lernen immer schon sehr, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Man muss sich nur mal wieder darauf besinnen. Das ist eine Tradition, die hat 150 oder mehr Jahre. Also wir wissen eigentlich, wie man vernünftig lernen kann. So und jetzt bringen wir das mal in die neue Zeit. Also wir bringen mal das, was wir an Rahmenbedingungen haben politisch und das, was wir über Lernen und Lehren wissen, das bringen wir mal ins Internet. Wenn wir über Digitalisierung nachdenken, dann denken wir ganz häufig an unsere klassischen Formate, wie wir in der Universität üblicherweise lehren und lernen und versuchen, die zu digitalisieren oder mit Digitalisierung anzureichern. Das kann man machen, das ist auch nicht schlecht, aber es ist möglicherweise zu kurz gesprungen. Wir haben ja Chancen im Internet, die wir in der normalen Welt einer Universität so gar nicht hätten und die kann man vielleicht noch ausnutzen. Ich glaube, dass Universitäten mehr leisten können. Universitäten müssen natürlich Kurse anbieten, Abschlüsse verteilen, sie müssen ein Curriculum zusammenstellen. Das bleibt doch alles so. Ich glaube auch nicht, dass jemals Digitalisierung das ersetzen kann, was eine Hochschule bietet als Präsenzhochschule, nämlich den Kontakt zu Professoren, den Kontakt zu Studierenden, das gemeinsame Arbeiten an bestimmten Themen, auch das gestylte Curriculum, was man hat, was eben ineinander greift und was passen muss. Die Kontakte, die man da knüpft, alles Mögliche, das wird alles immer so bleiben, davon bin ich fest überzeugt. Es wird keine reine Hochschule, keine reine Online-Hochschule geben, die das ersetzen kann. Aber möglicherweise kann man darüber nachdenken, ob man bestimmte Elemente aus der Hochschule rauszieht und daneben etwas etabliert, was das ganze Feld Hochschule erweitert, also wo wir Hochschule nutzbar machen für nicht zwingende akademische Kreise. Es will nicht jeder an die Hochschule, nicht jeder will fünf, sechs oder acht Jahre seines Lebens so einer Hochschule verbringen, aber trotzdem kann es sein, dass die Leute sich mit akademischen Themen beschäftigen wollen, bestimmte Dinge wissen wollen. Das ist ja gut. Das ist für mich die offene Wissensgesellschaft.